Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auf der Suche nach einem neuen rechten Verteidiger könnten wir Schalke in England fündig werden, denn über eine Rückkehr von Jonjo Kenny gibt es ja bereits sehr, sehr viele Fanwünsche, auch wenn bislang an dem reinen Gerücht natürlich noch nicht wirklich viel dran ist. Bislang hieß es ja nur, es sind zwei Bundesligisten an Jonjo Kenny interessiert. Natürlich kann es sein, dass wir dazugehören, diese wurden aber namentlich nicht genannt, aber nun gibt es zumindest einen wichtigen Fortschritt, der auf jeden Fall dafür sorgen könnte, dass wir Interesse haben, denn Jonjo Kenny ist auf jeden Fall ablösefrei zu haben. Der FZM hat nun offiziell bekannt gegeben, dass sein Ausbauvertrag nicht verlängert wird, besser gesagt, dass Kenny seinen Vertrag nicht verlängern möchte und somit den Verein zum 30.06. ablösefrei verlassen wird. Und ich denke mal, dadurch macht zumindest die ganze Geschichte wieder etwas mehr Sinn, Hätte er natürlich seinen Vertrag verlängert, wäre es eh kein Thema gewesen. So ist er ablösefrei zu haben, sprich ablösetechnisch sind wir da auf jeden Fall schon mal gut raus. Aber klar ist natürlich auch, Jonjo Kenny ist ein Everton-Junge, ist ein Liverpooler-Junge, deswegen ist das durchaus überraschend. Und natürlich müsste dann auch eigentlich klar sein, müsste jetzt eigentlich ein Wechsel kommen, der ihn sportlich wie vielleicht auch finanziell nach vorne bringt. Und das können wir ihm eigentlich beides nicht geben, vor allen Dingen auch finanziell nicht. Da gibt es sicherlich attraktivere Angebote, aber zumindest ist die Option Kenny, ja, so ein bisschen mehr da, als vielleicht zuvor es mal der Fall war, weil eben jetzt offiziell sein Vertrag ausläuft, er ihn nicht verlängert und im Sommer einen neuen Verein finden wird. Ich würde ihn mir auf jeden Fall wünschen, wenn es natürlich gar als technisch passt, da gibt es ja bestimmte Rahmen, wie man hört, mit höchstens 1,5 Millionen. Und er ist zumindest der Typ rechte Verteidiger, den wir sicherlich gebrauchen. Er ackert unglaublich viel, ist eben auch defensiv stark, weil genau so einen suchen wir sicherlich auch. Aber ob wir jetzt da wirklich eine realistische Chance haben, ist natürlich eine andere Frage. Wenn er auf jeden Fall am Ende kommt, wissen wir, dass er auf jeden Fall zu Schalke wollte. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.